Musik 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 Ich weiß auch an dem Moment, wo ich alles aus Geschichtchen erzähle. Ich habe mir lange überlegt, meistens erzählen sie einfach irgendwas, dann wenn sie hier etwas hier durchrichten dürfen, dann habe ich überlegt, was soll ich hier sagen? Ich habe sicher vielen Dank, dass ich die Möglichkeit habe, hier SF und Simital Rinder und Kühe zu richten. Weiter möchte ich herzlich Dank meinem Ringmann, Martin Möri, er hat mich sehr gut unterstützt. Vorhin war es ja Premiere als Ringmann, aber er hat sich sehr gut gemacht, ein sehr flotter Mann. Weiter möchte ich auch allgemein der Ausstellung gratulieren zu der Aufmachung, die wir jetzt hier haben. Das erste Mal, wo ich dabei war, war das 10-jährige Jubiläum. Dann war ich gerade halb so alt wie jetzt. Ihr habt vielleicht gehört, 28 Jahre, also ungefähr 14 Jahre. Dann war die Juniorexpo noch am Donnerstag am Abend. Mit ein wenig Tageslicht drin, relativ grosser Höcke. Ich sage mal, wo man drinnen rumgestapft ist. Aber schon dann am Donnerfrühen, dass man da mit einem Augusti in diesem Ring durfte sein und das Tier durfte präsentieren. Ich weiss noch, wie es gestern war, Fabian hat das Tier dann gehiessen. Es war ein Trick, heute wäre es auch ein Weiterausletzter. Wenn es heute bei diesem Niveau noch mitlaufen würde. Es war richtig gegen Eigenbogen oben ein. Aber dann ist das gegangen. Gut. In diesem Sinne, Mocha, herzliche Gratulation für die Ausstellung. Ich kauere jetzt für mich hier das beste Semitaler Rindküren. Ich mache es um eine Gleichung und gebe zuerst meine Kommentare ab. Für mich gewinnt das Gusti mit einer guten Vorhandhöhe, einem super Beckenausbau bezüglich Beckenneigung und Beckenbreite, was sehr wichtig ist. Das bewegt sich auf einem starken Fundament mit einer super Hinterbestellung. Ich hoffe, dass ich es noch einmal gesehen hätte. Und bei den Simitalern kann man das Wort brauchen. Für mich kann das Gusti mit dem meisten Style. Das Tier hier, das hat Style! Champions Semital, das 23. Junior Expo. Der Remolat, eine Unik-Tochter von Sylvain Grossen. Kann den Grund! Gratulation! Der Reaktion!